Ich würde an deiner Stelle lieber reden. Ihr werdet nichts erfahren von mir. Stell dir vor, ich habe die Insel, von der ich dir so oft erzählt habe, am Morgen des objen Datums gesichtet. Ich habe recht behalten. Sie liegt genau auf dem Längen- und Breitengrad, wie ich das zigmal berechnet hatte. Was ist denn los, George? Das ist Aki, unser Haustier. Es ist ganz zahm. Ja, ja, ich bin auch zahm. Und trotzdem esse ich manchmal ganz gern Fleisch. Was will der Kerl eigentlich? Ich verstehe kein Wort. Sie haben doch eben gehört. Bringen Sie uns den Schatz und Sie kriegen Ihre Tochter wieder zurück. Ich gebe Ihnen eine Stunde. Das ist eine ganz verzweifelte Situation. Jetzt ist die Startbahn nicht mehr zu gebrauchen. So kommt einmal gleich alle ran. Wir müssen die Steine wegräumen. Und wie ist das passiert? Der böse Geist der Höhle hat ihn getötet. Und zwar mit dem fünfzackigen Speer. Wenn das Feuer in die Munitionskammer kommt, dann fliegen wir in die Luft. Das ist ein Schatz.